Willkommen zurück zu SFS Colony. Ja, letzte Woche gab es ja das Video zu Preservents, deshalb kein Colony. Hier bin ich aber wieder und zwar mit einem Gewächshaus. Ihr seht, das ist etwas größer als die anderen beiden Module. Trotzdem sehr leicht. Mal wieder die Atlantis 3 und ich würde sagen, wir reden nicht weiter drumherum. Los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 So, da sind wir auch schon gelandet, und zwar mit den zwei Zweitstufen. Ich guck mal, kann ich das hinkriegen? Nein, ich seh's nicht. Schade. Ich hatte irgendwie so gedacht, dass die direkt nebeneinander landen, aber dann ist nicht ganz was draus geworden. Ja, warum zwei? Ich hab davor halt das aufgefüllt, hab's einerseits vergessen, andererseits konnte ich da noch was nutzen von. Und ihr seht, 42%. Das heißt, das wird super einfach. Da noch die erste Stufe. So, gehen wir mal raus. Ja, ist immer noch nicht perfekt. Könnte besser sein, aber nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Okay. So, dann zoomen wir mal ein bisschen ran. Und ja, ich hab wieder Müll hinterlassen. Diesmal eine ganze Menge. So, dann wechseln wir mal da rüber. Und da haben wir jetzt unser Gewächshaus. Ja, es wird immer größer. Äh, wir haben aber auch noch ne Menge Platz bis zum Rover da rechts. Seht den. Also, da werden wir noch ne Menge machen können. Und ja, ich hab wieder Treibstoff hier rausnehmen müssen. Jetzt sind's nur noch 13%. Aber ich glaub, das kriegen wir hin. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Musik Musik Outro